Ewa, wir sind hier am Strand. Wäsch, 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 Mateja. Ewa, wir sind gerade gestrandet, gerade gestrandet vor mir, gegen den überliegenden Strand. Wir haben es geschafft, Freunde, Europa, wir haben es geschafft. Wir sind schwimmen gewesen, kurz. Ewa, so, wo ist dein Jetski? Du wolltest dein Jetski, erzähl mal. Bruder, mein Jetski ist da hinten, filmen wir. Und was wollen die dafür? Die wollen... Deine Nähe. Ja, die wollen deine Nähe haben. Ewa, wie geht in eurem Villa, hä? Mal komm, zeig mal ein bisschen. Ist okay. Ist okay. Aber schön kühn hier drin. Bruder, das Geile ist aber, wir haben direkt einen Ausgang nach draußen. Das ist geil. Das ist geil, direkt zum Pool. Ey, lassen wir heute grillen auf jeden Fall, ja, Bruder? Ja, mal. Schon wieder grillen? Aber, Bruder, du grillst. Du grillst. Ja, aber lass was essen da vorne. Du bist der Grillmeister. Erzähl mal mit Josi, was er gemacht hat. Bruder, der hat gegrillt, der hat auf Gangster gemacht. Komm, Jungs, ich grill für euch. Das erste Mal hat der Fleisch, wir waren 10 Leute, 15 Leute, da hat der Fleisch für drei Leute geholt. Ich meinte direkt, Bruder, dieses Fleisch zieh ich mir durch die Nase in einen Dings, Bruder. Und danach, der Grillbruder steckt mit Tamam, okay, Baba, Bruder, ich bin grad aus Dusch rausgekommen, jetzt was essen. Wallah, ich guck dir, ich schmeiß in diese Chicken Wings einfach rot drin. Wallah, wenn mir so gut rausgekommen noch. Wallah. Wallah, Josi, bleib beim Produzieren, mein Bruder, fasst diese Grillgeschichte nicht mehr an, Bruder. Aber Freunde, auf jeden Fall, wir sind hier, Mann. Wallah, ich zeig euch so, im Verhältnis zu der anderen, natürlich, das kann man gar nicht ganz vergleichen, die andere ist nach 500 Meter in der Luft gewesen. Aber Wallah, schaut euch diese Location an, Leute, das ist was anderes, das ist tropisch, das ist wie Dschungel. Dschungel, scho. Guck mal, Leute, hier. Guck mal, wir haben hier sogar einen, wir haben sogar einen Schutzzaun, weil Alligatoren rennen hier rum. Und, der hat grad sogar einen gesehen, ne? Der hat grad sogar einen gesehen, weil er dich gesehen hat, wa? Hi. Hast du die Tür kaputt gemacht? Ja, schieb die Schulter auf mich, du. Schuss. Ach, schuss? Nee. Ja, macht ganz kaputt. Warte! Entschuldigung, gut! Psst! Puss! 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 Pru! Puss! Puh! Puss! Pupp! 3-1 für Kali. Ja, Bruder, weißt du, was du meinst, Bruder? Oh! 3-1 für Kali. Wow! Was viele der Zuschauer natürlich nicht wissen, dass Kali damals vor der Musik eine sehr lange Karriere im Tennis hatte. Wir haben jeden Tag Bälle gekickt, Leute, ihr wisst Bescheid. Ein internationaler Tennissportler hier auf der rechten Seite, wie man sieht. Wer ist? Roger Federer? Bring mir den hier hin. Ich will den jetzt. Barré wird eingewechselt. Erst warm machen. Auch Barré ein begnadeter Tennisspieler gewesen in seiner Jugend. Lange Zeit verbracht in Tennisvereinen. Das ist kein Gegner. Ich gebe hier meinen Bruder ab. Hier ein bisschen Praxis sammeln, ihr wisst auch. So, zeig mal jetzt. Wie sieht es aus hier, das Essen? Bruder, ist alles okay drin? Ewa, sahbik. Mach auf. Ewa, mein Bruder. Aber alle einfach. Die Leute werden dich totbeleidigen, sagen Ewa, alles verbrannt. Alhamdulillah, solche Arten. Na, wala, nein. Bruder, das ist die Panade. Für die Leute, die denken, das ist verbrannt, aber das ist die Panade. In Spanien, die machen so Barbecue-Panade. Was willst du arbeiten, Bruder? Das ist einfach schwarz. Das ist die Panade. Guck doch gleich, mein Bruder, Mann. Auch wenn, Bruder, wenn nicht, eben, Leute, wir essen, wir essen. Ich küss euer Herz, Bruder, das ist number one. Wir machen diese Verbrannte so und fertig. Wer ein perfektes Barbecue will, ruft Baré an. Bruder, ich schaffte, du sagst Barou, Bruder. Ich wäre jetzt sehr sauer gewesen. Baré, Baré ist richtig. Bruder, Bruder. Ihr wisst Bescheid. Ja, aber jetzt war ehrlich, Barou. Baré, Bruder. Ich habe doch eine Sekunde gesagt, Bruder. Wie lange dauert das doch, Bruder? Ich küss dein Herz ein bisschen warten, Bruder. Danach Magen voll. Könnt ihr das auch? Du musst auch safe können. Du kannst auch safe. Lass mich in Frieden. Was? Das war einfach. Ah, yeah. Ich bin Kali, OFZ, OZF, OZF. O-F-F. Ey, Chebelle. Chebelle. Äh, kannst du ein bisschen ruhiger sein? Wir versuchen uns hier zu unterhalten, Bruder. Dankeschön. Oder bei Barou, rauchen. Sieht so sexy aus, Alter. Einfach wegen dem ich schlau rauchen. Hier ist der Chebe da. Heute ist der Chebe da, aber... Auch Baré hat in seiner Jugend sehr lange Zeit mit Tennis verbracht. Hat in diversen Clubs gespielt, als Profi. Und jetzt hier sein Debüt. Der erste Schlag sah sehr gekonnt aus. Und da ist der erste Punkt für den Baré. Okay, kompare! Ich glaube an dich! Komm, jetzt war ich dich fertig. Tschüss! Tschüss! Anni! Wow! Wow! Look at that shit! Wow! Oh, no! Rezim, RS, Coupe Fummar, Bia, Nachmaz, Eid Du, Kten, Tabak, Achi Indie, Mish, 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 Jachin Hat mein, Batta, Flay, Pagat, Yashem Bap, Bat, Vinalin Ey! So, rik, batat! So, ngari batataki! Ja, malayak! Wala, Leute, sind hier im Dschungel Hilfe! Hilfe! Ey, Wala, bei Socke ich ehrlich? Guck mal, das sieht noch so süß aus Ich liebe diese Tiere Ich fick die Guck mal, was für Glücksaugen der hat, Digga Ich hab Angst vor denen Wie kann man Angst vor sowas haben? Ja, das ist ne Schlange, ich würd's sagen, tamam Wenn die kommt, ich hau Kokos Oh, ha! Der holt einfach Kokos aus dieser Mini-Tasche, Wurst Der nervt dieser Junge, ja Warum? Die ganze Zeit nerven, nerven, nerven Warum nervst du so, Bruder? Du nervst, Bruder, aber egal, Bruder Aber egal, Bruder Ich kann nicht mehr, Bruder, ich sterbe Ich hab keine Stimme mehr, Bruder Bruder, der ist halt ein Charly, wisst ihr Boah, der sagt Charly zu dich Nein, wenn er zu mir ein Charly soll, dann ist er ein Chuxel Lach selber hat die Gsel Lach auch auf die Gsel Austria, Kölle, Repräsent, ihr wisst doch Eishabeb Ich schaff hier draußen viel riskiert Für Geld, Kali, Wheat und Pace Doch kann immer noch nicht Lach ab Jaa Eishabeb Guck mal, ich habe einen sauberen Trick. Was ist denn der Trick? Amenakoy. Das war der Trick. Das war der Trick. Wir sehen uns morgen in der nächsten Woche. Was machst du da? Das ist viel zu viel. Okay, meinst du das geht? Bruder, was machst du da? Nimm der Käse. Ja, Bruder, was machst du da? Das fließt doch jetzt alles hier runter. Wie geht der Käse? Nein, chill, chill. Lass das, lass das. Das musst du nur leicht eingekritten. Der ist ein bisschen anders. Ich habe gesagt, du bist mein Bruderland. Ich und du bis in die Berge und zurück. Was soll das Ergebnis davon sein? Eine gegrillte Käse. Ja, okay, mach das, Bruder. Wie gegrillte Käse? Das schmilzt doch. Bruder, ich küsch dein Herz. Er macht Käsekreine. Das schmilzt doch. Alter, Alter, Alter. Ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, perform doch. Was machst du? Wollah, ich dachte einfach echt Bullen. Hier, hier. Hier, hier. Einfach Bullen sind da, ja? Scheiße, Alter. Also geh doch nicht dahin, Bruder. Das ist ganz normal. Egal wo wir sind, die Fett sind da. Ob in Rupert oder in Malaga oder Mabea. Das ist ganz normal. Aber ich habe gar nichts gemacht.